Welcome, welcome Cousins. Game 3 is ready. Clippers haben gegen Suns gespielt letzte Nacht. Die NBA Playoffs sind full am laufen. Leider wurde Game 1 von Atlanta gegen Milwaukee wieder runtergenommen. Das Spiel war übertrieben nice. Guckt es euch trotzdem auf jeden Fall an. Es war ein mega-nices Game. Was wissen wir, bevor ich mir das Spiel jetzt angucke? Ich weiß das Ergebnis noch nicht. Ich weiß, dass CP3 back ist, dass das jetzt ein Game wird, was entscheiden wird, ob die Series jetzt eigentlich zu Ende ist oder nicht, kann man sagen. Weil wenn ein Team 0-3 geht in der NBA, dann ist statistisch gesehen fast schon unmöglich, dass man weiterkommt. Ich bin sehr heiß. Lass uns das Game geben, Digga. Nicht viel Zeit verschwenden. Let's go. This is the NBA. Oh, shit. Hat einen Kalle kassiert von Patrick Beverley. Der Hook. Nice Pass. Patrick Beverley. Ich hab letztes Mal noch gesagt, er ist useless in Offense. Oh, Reggie Jackson. Nehmen wir. Oh, quick response. Ging schnell. Oh. Nice. Das Geräusch, wenn der Ball reingeht. Chocke ich selbst. Automatic. Uh. No Look Pass, Digga. No Look Pass. Guckt keiner. Sieht keiner die Dimes. Nice, baby. Das Kawhi doch gar nicht da oder was? Oder ist er erstmal nur auf der Bank oder ist er nicht da? Ich dachte, er ist da. Shit. Shit. Uh. Ja, was soll er machen, Subac. Kann man nichts machen, Bruder. Uh. Aber gegen Payne schafft er. Digga, wie hat der den noch? Den macht er. Uh. Stark. Bridges. Nice offensive reruns. Oh. Oh. Immer diese Trickery Passes. Quick Trigger. So schnell der Kästchen Schult, Digga. Da konnte man nichts machen. Nicht mal contesten. Lagration. Alles okay bei dir, Digga? Girmare hier. Uh. Stärker Move, Digga. Uh. Batoon! Stark. Stark, stark, stark. Passing. Aber CP-3 ist eh geil. Muss man sagen. Einfach, für so Spielaufbau und so, Dimes und so ist CP-3 schon g. Geiler Point Guard. Oh, starkes Play von Subac. Oh! Junge, das Korb kaputt gemacht haben wir da. Stark. Nice. Uh! Stark gespielt, stark reagiert. Guck mal, er wird geblockt. Zack, direkt wieder raus. Weiter, weiter, weiter. Sehr stark, Digga. Ist doch genau das, was Booker brauchte, Digga. So ein Veteran, der ihn noch mal ein bisschen schoolt, Digga. Zweite Halbzeit. Stark. Digga, diese... Uh! Diese Maske sieht schon irgendwie fresh aus bei ihm, ja. Uh! ... 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 Das PG Wake ist Passiert, Digga Jeder müsste mal ein Laird Cam Johnson Stark, Digga Clean in Jumper Clean in Jumper Als ob hier noch was passiert Juge, was für Game Breakers Das denn bitte, Digga Allem tun wir aber nicht so Als ob du mit Absicht Den hast du nicht gecallt, Digga Dann zählt nicht Egal, freu dich da, man Badum Kennard Erwin Intens, Digga In L.A. ist es halt auch nicht so easy In L.A. ist es nicht so easy Junge Da, merkt man, Momentum Tschüss, Olle Bring ihn doch um, am Mindergön Er wollte unbedingt diese Endone haben Stark Guck mal, so schnell ist dann auch schon wieder nur noch 8 Punkte Game, Digga Was soll es sein Scheiß Aber Defender Muss man sagen Beverly Offense geht so Aber Defense Anstrengender Dude 13 Punkte Mal gucken Er hat auch einen sehr nice Jumper Bridges Digga, er ist clean Oh, er ist fast gestolpert, Digga Starker Finish, Digga Was soll man noch machen, Digga Er ist schon fast an Korb dran, wenn der steht Strong Finish Zwei Minuten Es wird noch nichts mehr Beverly Er freut schon sein Leben Er hat auch zu einem 3er im Spiel Oder 2 Fühlt sich kurz wie Kerry In the Zone Stark Man sieht schon die Backups Also es ist vorbei GGs, GGs, GGs Okay Es ist deutlich enger geworden, als man gedacht hätte Mindestens bis Game 5 geht es auf jeden Fall jetzt Dann freue ich mich auf spätestens Game 4 von diesem Game Wenn alles gut geht Ansonsten Schauen wir, was bei Atlanta gegen Milwaukee bei Game 2 geht Ob wir es so machen können Wir sehen uns, Cousins Tschüss